Antikörper Radio Show auf ByteFM Antikörper auf ByteFM Die Antikörper Sessions mit Marc Kovach auf ByteFM Antikörper Hallo, ich bin Kalle Mallorca, Leiter für Kundenzufriedenheit bei Ernte77. Wenn Sie eine Frage zu Ihrem ByteFM Anschluss haben, rufen Sie an. Kostenlos. Mein Team und ich helfen Ihnen gerne. Aber manchmal gibt es eben Dinge, die kann man im Radio nicht regeln. Zum Beispiel bei Antikörper hier. Dann reden wir auch nicht lange um den heißen Brei herum, sondern kommen persönlich vorbei. Und wir gehen erst wieder, wenn die Musik am 3. Mai um 23 Uhr läuft. Fair und transparent. ByteFM Hallo, wir sind Shirley Holmes. Am 3. Mai sind wir ab 23 Uhr In den Antikörper Sessions auf ByteFM Bitte schalten Sie ein! Sorry, Zerme. Wir sind Blind Butcher mit exklusiven Songs speziell für deinen Antikörper. Am 3. Mai 23 Uhr hier bei ByteFM Diese und ähnlich artikulierte Beiträge am 3. Mai 2019 in den Antikörper Sessions auf ByteFM ab 23 Uhr. Am 3. Mai 24 Uhr. Am 4. Mai 21 Uhr. Am 4. Mai 2013 in der Antikörper Sessions auf ByteFM